Ja, hallo liebe Leute, hier ist wieder euer Thomas Müller-Gütersloh, heute mal aus meinem Garten hier. Ich wollte euch davon berichten, dass jetzt, was jetzt einiges passiert ist, und zwar zu meiner Photovoltaikanlage, hier in meinem Mehrfamilienhaus, hier hinten, wie ihr sehen könnt, da stehen schon die Paneele und die werden jetzt Anfang nächster Woche draufgesetzt und ich freue mich schon, dass das jetzt endlich so klappen wird. Da gibt es ja auch einige Gesetzesänderungen, die jetzt auf den Weg gebracht werden. Also, so wie ich das jetzt herausgefunden habe, sollte man schleunigst versuchen, seine Photovoltaikanlage dieses Jahr noch aufs Dach zu bringen wohl, obwohl die Gesetzesänderungen natürlich noch nicht gesetzt sind, aber es sind halt Vorschläge. Und wenn man die dieses Jahr noch aufs Dach setzt und auch einspeist, dann hat man die Möglichkeit, die IABs oder die Abzugsbeträge im Endeffekt steuerlich noch geltend zu machen, sonst wird es sicherlich schwierig werden. Ja, das ist leider so. Hierzu benötigt man dann noch ein Angebot aus 2021 für die Anlage. Wenn ihr da Fragen habt oder so, dann könnt ihr mir gerne schreiben in den Kommentaren. Ich würde euch da unterstützend zur Seite stehen und ich habe auch noch den einen oder anderen, der die Möglichkeit hat, das vielleicht sogar dies Jahr noch umzusetzen, also von den Anbietern hier vor Ort. Ja, das wäre ganz schön, wenn man das machen könnte. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass die Geschichte auf jeden Fall klappt. Hier ist es soweit und ich werde euch da auf den Laufen halten, was jetzt nächste Woche passiert und dann kriegt ihr wieder ein schönes Video. Ja, vielen lieben Dank. Das war ganz kurz nur das, was passiert ist. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte ein Like da lassen und natürlich meinen Kanal abonnieren.